Ach ja, weißt du, was richtig lustig war? Was denn? Dass mir die Esch immer mit ihrem Kopf in die Schussbahn gegangen ist. Ach, jetzt hab ich's gesehen, da war noch so ein kleiner Strang von der Baume übrig, ne? Ja. Bin ja dann nicht Schneemobil-Galasch. Wollen wir bar? Oder Esszimmer? Esszimmer ist Küche. Ja, da kann ich keine Mir daneben. Aber ist mir auch recht. Wenn nicht Doc. Ah ne, Doc hat kein Schild. Mhm. Finde die Map of Defense eh schwierig. Weil es so viele Fenster überall gibt. Ich nehm mal Castle und mach in den Nebenraum die beiden Fenster dicht. Das mal hören, wenn jemand reinkommen sollte. Wieso, der Flo könnte auch noch muten. Finde ja. Mute mal ein bisschen. Wir müssen den Bio-Gefahr-Rutbehälter finden. Wir müssen den Bio-Gefahr-Rutbehälter finden. Da muss man im Beny-Yen. Ah, gut. So. Nimm erst mal. Der Gegner hat den Bio-Gefahr-Rutbehälter gefunden. Ja gut, ob das hier so viel bringt, aber gut, kann ich mal. Ja gut, wir sind einfach mal. Ja. Hier ist ja keine Bombe, aber die können ja einfach durch die Englungszureihe. Ja, aber die versuchen es hier halt oft. Oh, Twitch, Twitch. Twitch schon als Dauer. Sehen meine Dinger noch? Zehn Sekunden noch. Geh mal nach draußen. Halt mich. Fünf Sekunden. Ich bin sehr klar. Das ist nicht in der Fall. Ich habe ja noch Gewinn gebraucht. Ich habe ja noch gewinnert. Ich bin sehr tief in der Fall. Es sind die ich nicht in der Fall. Nein, in der Fall ist da egal. Und es geht nicht in der Fall. Jetzt geht es nicht so. Ich bin sehr glücklich. Es geht nicht in der Fall. Und es geht um den Ball. Und jetzt geht es nicht so. Und wir müssen irgendwie das einmal gut. Erzählig. Ach, was immer. Ja, die sind in einem Schänsfenster, gell? Ach komm, es gibt so ne... Der sieht wirklich nicht und ich sehe ihn nett oder was? Soll ich mich verarschen? Boah, ey, das ist da wohl verarschen. Dem seine Kugeln fliegen auch um die Ecke. Das gibt's, weil's bei dir auch so King-Ludder... Der hätt' ich überrascht... Der hätt' ich überrascht... Ist klar... Ne, der gibt mir zwei Headshots... Ich zum Daumen, der gibt mir zwei Headshots... Und der noch Half-Life... Danke... Was war da? Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Weiß nicht, ob die hinten aufgespringt haben... Bei dir eingangs ist noch zu... Ah, Schakal ist oben... Lass' ich erstmal King-Cop machen... Der Scheiß-Kamera-Steuer, dann kotzt mich da raus... Die verursacht... Nicht nur, ich spür den noch... Los zum Teil der Gelegenheit... Was war das? Du wirst, du wirst du wirst... Ja, das war ein Schakal... ... Du wirst noch einen Ace jetzt...? Over-Sein Sekunden noch... 3 3 3 4 7 5 da ging jetzt aber da ging mir jetzt gerade der Puls haben die unten gewonnen? nein, die haben unten verloren ach so stimmt, die können ja dann noch mal unten sein alter ich hab mein fucking erstes Ace echtes? ja, das ist mein erstes Ace das hast du dir verdient, ey, das war echt eine gute Runde, Mann boah, alter jetzt weißt du alles, was ich dir beigebracht habe einfach mal eingesetzt boah, fick dich alter so wird der Schüler zum Meister wir machen nicht die Regeln auf 2, dass es klar ist also eins weiß ich, ne? diese Runde kommt auf YouTube hast du dir verdient und dann schickst du mir den Link aber schneide wirklich bloß das Video raus und dann setze ich das wieder in die Rainbow Six Gruppe und mach dir ein schönes Cup-Pan ey, ist das jetzt auch sicher? du meinst nur diese einzelne Runde da, ne? ja ok, hier haben sie eins 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 вар